Was ist eigentlich eine C-Kurve? Das ist eine C-Kurve. Eine C-Kurve beschreibt einfach den Tunnel des Nagels. Das heißt, wenn ihr von vorne auf euren Finger drauf guckt, auf die Fingerkuppe, seht ihr eine Rundung. Das ist die C-Kurve. Das Ganze ist extrem wichtig für die Stabilität, denn sobald Druck von unten auf den Nagel einwirkt, fangt diesen die Seiten der C-Kurve ab. Dadurch hat der Nagel eine längere Überlebenschance und kann nicht so schnell brechen. Manche Menschen haben von Natur aus eine sehr ausgeprägte C-Kurve. Bei Naturnägeln, wo das nicht so ist und ihr das verändern wollt, gibt es die Möglichkeit zu pinschen. Das ist quasi eine kleine Zange, oder Klemme besser gesagt, mit der ihr den Naturnagel einspannt und dadurch die C-Kurve generieren könnt. Das Ganze funktioniert auch bei einer Schablonenverlängerung, aber dazu kommen wir in anderen Videos, weil das ist ein relativ langes Thema. Das soll es jetzt auch schon mit der C-Kurve gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne share, teilen, liken, hier oben abonnieren und hier unten mein letztes Video. Also bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.